Hallo zusammen und willkommen zurück bei SOMA. Wir sind in Lambda angekommen und Catherine wartet auf uns. Und ich hoffe so sehr, dass Catherine tatsächlich noch ein Mensch ist. Aber wer weiß. Außer Catherine. Ne, die weiß ich es ja auch nicht. Okay. Was haben wir hier? Kann ich den aufsetzen? Das wäre so hilfreich. Nein, kann ich nicht. Das Ding ist leer. Okay, hier kann ich glaube ich nichts machen. Gut, dann wollen wir mal weiter. Ähm. Oh. Oh oh. Verdammt. Oh oh. Nein, war das Catherine? Oh verdammt. Vielleicht war sie bisher noch ein Mensch und ist es jetzt nicht mehr. Catherine? Be quiet! Don't look at it! Okay. Okay, ich schaue es nicht an. Ich schaue es nicht an. Ich schaue da rein. Ich hoffe, sie hat recht damit, dass ich ihn nicht anschauen muss. Oder nicht soll. Und das ist reich, dass ich ihn nicht anschaue. Oh oh. Verdammt. 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 Oh oh. Ist er weg? Ich denke, es ist sicher, dass du rauskommst. Okay, friend. Oh nein. Okay. Hey, down here. No, not you too. I was really hoping you were human. Don't let the circuitry fool you. I was human once. Can't take it anymore. This is... Everything's fucked. Can I give up? There's nothing left. Calm down. It's not the end of the world. You sure? That sure is how it looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way. But I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics left on for good measure. I... I don't. You don't want to think about it? We'll start thinking about it. I... I... I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? What? I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. The project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay. Focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You've got to be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. I just need to access the computer. Oh, is that an Omnitool you're carrying? Oh, the door opener? I picked it up at Upsilon where I woke up. Well, I'll have to do. Plug it into the terminal. Okay, that means she knows that she's in the machine. When the Omnitool is loaded, just plug my Cortex-Chip into the tool. What's a Cortex-Chip? It will be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Come on, I just need you to do this one thing for me. Yeah, yeah, where do I do this? There. And she just confirmed that we're not here. Okay, wait a minute, do you see that? Oh, okay. Omnitool and Cortex-Chip is the one with which we can use the rescue capsule. Okay, where do I do this one with which we can use the chip? Chip? Okay. Then we'll do it. Custom Cortex-Chip found. Shutting down, help the chain. Have a nice day. Thank you. Oh, this feels weird. I'm in the Omnitool. Thanks. So, what's the project about? My project? Oh, well, I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial world. We were going to launch it into space to save it from, uh, well, all of this. Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space? Yes. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then suddenly it became very important and it was officially named the Ark. That's appropriate. How far did you get? I don't know. That version of me that I am. It came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Ugh, weird thought. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. Ah, all right, filing. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Oh. Could you do me a favor and run into the other room and have a look? Look, I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Sure, Kath. Thanks. I'll unlock the door for you. Okay, that's... What was it said before? You're from Toronto? Yeah. Yeah, I just went in for a brain scan and suddenly here I am. That doesn't make any sense. How? Why would anyone bring a scan from Toronto? You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Whoa. Okay. Also, once again, so that I have understood it correctly. They wanted the consciousness of people in a kind of artificial world to save them, in which they then shoot the mind of people in a world world. But if everything is not real here, then it's actually not necessary to shoot them anywhere. Then you could just build a planet, a planet that was not destroyed by a comet. Oh my God, I'm so sensitive. Can I say something? Sorry, I'm still trying to figure out how you got here. Keep going. I'd really like to know who you thought sending a Canadian to the bottom of the sea was a good idea. Okay. Schau mich doch etwas hier um. Die Frage ist jetzt wirklich, ob wir jetzt real sind. Also ob wir wirklich in Toronto waren? Chris, ich bin die ganze Nacht aufgeblieben. Warum noch schlafen? Der Fernseher läuft im Hintergrund und die Nachrichtensprecher sind wegen des Kometen so aufgeregt zu Gange, als würden sie den Countdown für Sylvester einleiten. Ich weiß, dass es ganz schön daneben ist, dich jetzt gerne bei mir zu haben. Wahrscheinlich habt ihr, Kerle, da weit unter den Wellen, am ehesten eine Chance, das hier zu überleben. Ich hoffe, dass es für dich weitergeht, sofern es doch ein lebenswertes Leben ist. Sieht so aus, als wäre die Kacke jetzt richtig am Dampfen. Ich drücke mal besser auf senden, bevor uns die Schockquelle erreicht. Ich bin stolz auf dich, mein Junge. Papa. Oh man. Heißt das, dass das die letzten Überlebenden hier unten sind? Als Überlebenden ist gut. Das letzte Bewusstsein von Menschen. Da ist ein Rechner, kann ich den benutzen? Nee. Okay. Oh oh. Oh, ich darf es ja nicht anschauen. Oh oh. Wo steckst du? Okay. Hier haben wir, glaube ich, nichts. Da ist die Toilette, da gehe ich jetzt rein. Tür zu. Dann wollen wir mal. Ich frage mich ja die ganze Zeit, ob wir dem Ding Energie absaugen oder ob es uns aussaugt und wir es sozusagen überladen. Was weiß ich. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Ich bin gerade im Kreis gelaufen, merke ich. Aber wo muss ich hin? Da rein? Nee. Da komme ich auch nicht rein. Wo muss ich denn noch mal hin? Kannst du mir das noch mal sagen? Was? Nichts. Nichts. Okay. Also ich komme von da. Da war ich gerade drin und da komme ich dann auch her. Und wo ist das Wesen jetzt hin? Ich dachte, das ist hier in unserer Nähe. Versteckt es. Etwa vor uns. Sorry. Ähm. Brächt das Ding? Oh. Oh. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Moment. Moment. Ich glaube, ich muss die Schleusen schliessen. Bevor das Ding durch die Schleibe kommt. Vermute ich zumindest. Oder es ist weg? Okay, es ist weg. Lass das bitte. Ich habe hier zu tun. Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Da ist nichts. Da komme ich nicht rein. Das Ding ist kaputt. Das Ding ist auch sinnlos. Da ist auch kein Weg weiter. Und da drin habe ich das Ding ausgesaugt, aber ich habe keine Ahnung wozu. Ich glaube nicht. Was ist das für ein Geräusch? Und jetzt bin ich wieder hier. Also ich kehre einmal nach vorne zurück zur Schleuse. Vielleicht habe ich da was übersehen. Moment, die Türen sind offen. Just check the computer. Yes, look for anything about the Ark. Okay. Meinungsumfrage. Interview 1. Robin Bass. Are you excited about the Ark? At first, I couldn't really see the point of it. But then I thought, why shouldn't we write? I mean, if we are able to save, even just a small piece of ourselves, why wouldn't we do that? So you are in favor of that. I think it's really important we do this. Okay. I am Peterson. What are your thoughts on the Ark? It's a great idea. Finally, we have something to do. Am I right? Are you optimistic about the project's chances of, um, about the Ark reaching space? It can definitely be done. You already solved the biggest problem. How to actually get us all in there. Now all we have to do is build the damn thing. And hope Phi is still operational. Yeah, I think we can do it. But it's not gonna be easy. Okay, what is Phi? Mark Serang? What are your thoughts on the Ark project? The idea is just incredible. By every definition. It really makes you think about what it means to be human. What makes you say that? Beyond the basics. Beyond the superficial. I'm convinced there's something with even greater value. You have provided a platform, which is not necessarily restricted to our digital progeny, but a means of actual survival. It's my sincerest belief, that we can go on living through the reality of continuity. Okay. Stimmt. Was ist dann eigentlich noch menschlich? Ist es immer noch ein Mensch, wenn das gesamte Bewusstsein in einer Maschine ist? Is this from inside the Ark? Yes, there are some early renderers of the world inside. It looks a whole lot easier than this place. Stadtpark. Weil hier jetzt in dieser Welt ist ja die Katastrophe passiert. Und die letzten Überlebenden sind hier in dieser Unterwasserstation. Und hier haben sie diese Arche gebaut, wo das Bewusstsein der Menschen dann in eine Art von... Soll das jetzt tatsächlich in den Weltraum geschossen werden, das Bewusstsein? Oder wollen die das nur simulieren? Okay. Sieht halt genauso aus wie das Ding, was wir dort im Labor hatten am Anfang. Muss ich mir das merken? Achso, ja klar, logisch. Ich bin ein Idiot. Ich glaube, es ist so geplant, dass die Arche eine Art von... Also diese Simulation natürlich auf einen Computer rennt. Und dieser Computer wird in den Weltraum geschossen. Und hier wird er dann um Merkur offensichtlich herum... Ähm... Orbiten. Und nicht auf der Erde bleiben. Einmal da ist natürlich die Gefahr größer, dass der Computer irgendwann zerstört wird. Untersuchung? Willkommen. Wenn Sie dies lesen, haben Sie es in die Arche geschafft. Diese Umfrage soll den Entwicklern ein besseres Verständnis ihrer subjektiven Erfahrung geben... Und wie Sie Ihr Wohlergehen verbessern können. Bitte fahren Sie mit der Umfrage fort. Wie würden Sie Ihren physischen Zustand beschreiben? Ähm... Ich würde 3 sagen. Ich fühle mich fremd. Ich bin ein Gast in einem anderen Körper. Wie würden Sie im psychischen Zustand beschreiben? Ich fühle mich verloren. Ich existiere nicht mehr. Ich glaube, das ist etwas zu weit hergeholt. Ich fühle mich verändert, als hätte sich mein Charakter geändert. Wie würden Sie Ihre Wahrnehmung beschreiben? Ich nehme meine Umgebung bewusster und genauer wahr. Ich würde das hier tatsächlich sagen. Also ich... Behaupte jetzt einfach mal. Wie würden Sie Ihren neuen Zustand beschreiben? Deprimierend. Ich werde das Gefühl nicht los, dass alles falsch ist. Beunreigt Sie die Tatsache, dass Sie nicht länger rein menschlich sind? Ja, ich trauere meiner vorherigen Existenz nach. Wie nehmen Sie Ihre neue Existenz wahr? Das hier. Sie ist etwas völlig anderes. Hat nichts mit meinem vorherigen Ich zu tun. Finden Sie, dass die neue Existenz ein lebenswertes Leben sein wird? Nein, sie ist zu weit entfernt von der Realität und allem, was ich kenne. Möchten Sie lieber aus einem Projekt entfernt werden und den Tod akzeptieren? Voll gemein. Nein, vielleicht. Ich muss doch mal nachdenken. Oder ja. Das ist jetzt die Frage. Ist das jetzt eine Option? Wäre das für euch eine Option? Euer Bewusstsein in eine Maschine zu transferieren? Oder in eine Art von virtueller Welt? Wo ihr weiterlebt? Aber euch wahrscheinlich bewusst ist, dass es nicht echt ist? Ich weiß nicht, ob das dann denen hier bewusst sein wird. Ich sag mal ja. Ihre Antworten wurden gespeichert. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Das Arche-Team. Okay, woher wisst ihr dann eigentlich, wer ich bin? Archtracker? Okay, Erde. Wo ist es auf der Erde? Ich probiere es mal in Europa. Okay. Ah, okay. Hier. Irgendwo im Meer. Wir sind gerade die Lambda. Nicht die Lambda. In der Absalom. Auch nicht. Hier. Nee, aber in der Nähe. Okay. Tau. 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 Oh, nein. Ich bin gerade in einer neuen Art von Tau. Oh nein! Das ist auf der Erde. Das ist so weit hoch. Die haben wir gerade auch überhans. Wir haben in dieser Stad. Im Grad. Das ist nicht so, dass wir in der Vergangenheit nicht mehr funktionieren. Wenn wir da sind, können wir auf den Arck kommen? Ich glaube, aber ich bin nicht genau flexibel im Moment. Ich nehme uns da. Ich kann gehen, schnappen, schwimmen, irgendwie. Du bist in der Türöffner, der Omni-Tool. Ich werde dich da einfach tragen, und du zeigst mir, was zu tun. Das klingt wirklich rischisch. Außerdem, ich mag nicht die Idee, dass du mich umdrehen kannst. Komm schon, Katharine, das ist was du willst, deine finalen Mission. Wir müssen den Arck finden. Wir müssen einen Weg in den Abyss finden. Wir können den Climber nicht ohne Power Suit. Wir müssen wahrscheinlich nach Theta gehen und sagen, dass Dunbad noch funktioniert. Okay, also gehen wir nach Theta. Ich weiß nicht, es ist ziemlich weit. Katharine, schau mal. Was ist noch etwas zu tun? You know, was? Ich habe einen Sunken Vessel von oben. Ich glaube, das könnte uns zu Theta führen. Really? Es sah nicht komplett aus der Aktion. Es sah sogar ein bisschen auf, als ich das Omni-Tool probiert habe. Okay, dann, lass uns mal schauen. Ich werde nur aus diesem Ding ausdecken. Nicht vergessen, dass ich mich mit dir mitnehmen kann. Okay. Neue Missionen also nach Theta kommen. Und die Arche ist also irgendwo auf Tau. Dort müssen wir hin. Woher gingst du? Ich habe wartet. Ja, ja, ich schaue mich doch ganz kurz hier um. Moment. Da ist nur Zeug, okay. Gut. Katharine, ich komme. Ähm, ich sollte nicht so rennen, falls das Vieh wieder irgendwo in der Nähe ist. Can I pull the Omni-Tool out? Wait, wait, wait. Okay, just be sure to plug me in again at some point. You got it. Good luck, Simon. Danke. Okay, wir haben Katharine mit uns dabei. Und in der nächsten Folge, meine Freunde, begeben wir uns nach Theta. Bis dahin, mein Name ist Taco. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. thank you, Herr Schatz. Ich hoffe, es ist es, wir haben alle auf dem Moment.